So Leute, wir sind heute an einem Fluss und ich habe mir einen Kajak mitgenommen. Ich werde gleich diese Rolle machen, mich rumdrehen, dann seht ihr das Kajak von unten, dann drehe ich mich wieder rum und sitze quasi wieder gerade im Fluss. Ich habe das dann noch nie gemacht, ich kann das eigentlich auch gar nicht, aber ich habe genug YouTube-Videos gesehen. Wenn du in das Boot einsteigst, musst du dich quasi direkt auf den Sitz fallen lassen. So ein bisschen, dass ich die Energie mitnehme. Ich mache gleich die Kanu-Rolle. Unter Wasser hat sich mein Ohr in eine Alge verhangen. Ich wollte mich gerade drehen, er hat so Ruck gemacht am Ohr, dann habe ich es nicht mehr rumgeschafft.